So, Hallöchen, meine kleinen Wölfleins. Willkommen zurück zu Horror Deadly Dungeon 2. Wir gehen jetzt mal zu diesem Fragezeichen hier. Oder gehen wir erst da hin? Ne, wir gehen mal zu dem Fragezeichen. Das ist gerade ein bisschen spannender. Kann ich auch hier langlaufen? Ja. Also, wir treffen uns dann gleich beim Fragezeichen wieder. Was ist da los? Was macht der da, Jungs? Ich will mal ein Tresor aufmachen. Ich will jetzt gar nicht mal so lange hin. Äh, zum Nachhinein, meine ich. Wie hat er denn das aufgekriegt? Okay. 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 Ich bin Me 때문에. Okay. Okay. So, das ist für mich aber Prachtraum. Wo oben ist das Fragezeichen. Er war nicht sehr schrecklich. Er mag dich. Okay. Okay. Do you, uh, I mean to say, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Raines Fall, the great chief, and his son, Eagle Flies. Gentlemen. We saw you in the wagon train, crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. You have great powers of observation. As my people, if we are even a people anymore, we've fought hard. We've made peace treaties. And those treaties were broken. And we've been moved and punished and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly, contravening the peace treaty signed three years ago. This will lead to war. No, my son, will not. We cannot fight another war. They have got stronger. And we have become far weaker, Mr. Morgan. Well, it's a bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously, they can't. And even more obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in two states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the senator, we should head over there. It's a waste of our time. And his... We must try everything. Come along. Hello, Mr. Miller. The counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. No, I think... No. No. He's been working. Well, he's going. No, 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 no... So they just, they're trying to be canceled. No, 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 no. The father wants to be peace. But we're staying here to Josiah. So Horrogan. And we're looking for the force of Jesus. er denn beim Schneider möchte. Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt irgendwie schick machen für das Schiff, für den Dampfer, whatever. Ich lass mich mal kurz hier stehen, der Mies, ja. Ich mein, ich find mich doch schick genug, oder nicht? Mit dieser Weste und dem Anzug. Jetzt bloß aufpassen, dass ich nicht mit irgendwelchen Leuten anrempel. Bist du? Ah, da bist du, mein Junge. Ja, hier bin ich. Wir müssen dich ein bisschen schickern. Warum? Du kannst nicht auf den Tafeln auf eine Lanahasse-Riverboat wie das. Du kannst? Nicht, wenn du so gut in bist, dass niemand will realize dass du da bist, um den Ort zu schickern. Jetzt komm mal. Wir machen das noch? Natürlich. Wir werden dich so gut machen, niemand wird ein Ding. Hallo, kann ich dir helfen, Herr Präsident? Ja, mein Freund hier ist in need of a new suit. Make this gentleman look like the Duke he really is. Den hier, oder was? 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 Anziehen. Boah, das ist doch schick. Kaufen. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Kann sich sehen lassen. Wir kommen zu den Barber. Ja. Schönen Glückwunsch heute Abend, gentlemen. Herr Strauss hat alles ausgelöstetert. Es ist ziemlich ingeniös, eigentlich. Was ist? Der Aktion hier ist plan. In Wahrheit, es ist nicht viel Aktion überhaupt. Du spielst du Karten und gewinnen. Und du wirst sehr großartig und flamboyant während du gewinnen. Und jeder wird denken, du ein neues Geld aus den Ölfelsen. Sie kommen, um es zu schlafen und schlafen zu lassen. Alles im Moment, Herr Strauss wird Sie in Ihren Bezug auf Ihren Bezug. Wenn Sie den Ort schlafen, Sie nehmen Sie nachher, um Sie zu bezahlen. Und das ist, wenn Javier kommt, und Sie nehmen was Sie wollen. Sie glauben, dass Sie einen Mexikaner mit mir sehen können? Natürlich, Sie können. Aber vielleicht nicht. Sie werden sehen. Der Entschuldigung ist mir zu töten. Oh, nicht so jadiert. Wir beide wissen, das ist nur das Art of innocent fun, Sie leben auf. Nun, nach den letzten paar Monaten, der Armbräder ist keine so innocenten Zeit. Nein. Aber wir, Sie, all of us, werden hier bald gemacht werden. Ich hoffe so. Come on! Was soll ich denn noch ändern an meinem Haaren und an meinem Bart? Hinterweltgeschäft rein? Was? Wir gucken jetzt mal, was gibt's denn da noch? Die Zeitscheite links. Ausrasiert. Das ist das, was ich gerade hab. Mehr kurz möchte ich nicht. Nehme ich doch hier ausrasiert, oder? Und jetzt gucken wir mal noch nach dem Bart. Was gibst du denn da? Ich schau mal kurz meine Maus da weg. Kann ich das jetzt nicht sehen? Okay. Äh. Der ist uns eigentlich zu kurz, na? Kann ich das so lassen? Bitte? Danke. Schick, schick. Steige in die Kutsche, alles klar. Hope you have a successful evening, Kelvin. George! To the Grand Corrigan, please. Grand Corrigan, sir. Well, look at you. From Toad to Prince. This is a bit much, ain't it? The coach. We can't winnie up there on horses, like a bunch of cuntrified yokels. You're a brash oil man. Money to bear. Which reminds me. No shuffling and mumbling. Puff your chest out. Get outside yourself. Yeah, all right, all right. This ain't happening. So, who's a mark? You all right, by the way, the driver? Oh, yes, don't worry. George and I go way back. It's a man called Desmond Blythe. Made of fortune and posery of all things. Likes to play fast and always keep some extra collateral in the safe upstairs. So, if Strauss is sitting behind him, how does he know what cards I got? He won't. But the dealer has recently become a very good friend of mine. Another one. Don't worry, Arthur. We're all the authors. Well, good fortune. He'll make sure you get the right cards. What could possibly go wrong? Indeed. And what money am I playing with? Don't worry. That has all been arranged. Your chips will be waiting. Ah, there she is. Come on. Okay. Arthur, leave any weaponry here. We'll search us when we get on. George, we'll collect these from you later. Very good, sir. Thank you, George. Good luck, sir. Now, remember what I said, Arthur. Everyone is the author of his own good fortune. Yes. Yes. Believe me, I heard every word. Watch Strauss. Listen to the dealer. And this should be a very lucky night. There they are. Gentlemen. How wonderful to see you, Arthur. You remember this pair of boys we met in New York? Come on, general. Champagne is on dear old Arthur. His riches can be in feeling luckier than a turkey that survived Thanksgiving. Hello, gentlemen. Hello, dear boy. Come on, come on. Let's head aboard. Drinks are on Arthur. Champagne. Oh, shit. I'm afraid we require all patrons to hand over their guns. Good time. The tables await. I'll go find myself a change of clothes. Okay. Hey, you seem unsure. Robbing a heavily armed riverboat without a gun tends to bring out the self-doubt in me. These people are virtually idiots. This is simple stuff. Now have a good time, but don't lose too much money or your wife is going to kill me. Whatever you say. Now where can I get a cocktail? Oh, I don't know if that's going well. I don't know if I have a poker. I don't know. I don't know. I don't know. Okay. Good evening, gentlemen. Arthur Callahan. Sorry, I'm late. I had some unfinished business at the bar. It's been blind. Good evening. Not to worry. Welcome to the game, Mr. Callahan. Okay, gentlemen, let's play. I hope you're a player. Been too many cowards at these tables recently. Nothing less dignified than a man afraid to lose a little money. Oh, okay, okay. Nein. Warte, was? Passend? Ich habe keine Ahnung, was der von mir will, wenn ich ehrlich bin. Ich habe doch keinen Plan von mir. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verhauen. Jetzt habe ich nicht mal seinen Kopfschüttel in. Das Mann war ein bestem Mann beim Poker. Ich kann den Beitrag erhöhen, nachdem wir auf 5. Weit ich nicht. Okay, warten. Oh je. Oh Gott, ich hab Angst. Straß gibt ihr das Zeichen zu erhöhen. Okay, mitgehen. Oh je. Nice. Haha, wie gut. Wie cool. Cool. Es ist mehr wert als du. Okay, ich schätze. Jetzt spielen, wie du möchtest. Also, du musst wissen Leviticus Cornwall, ein großer Ölman, wie du. Natürlich, wir crossen paths. Ich war froh, dass du ein bisschen Operation Heads Up in New Hanover All in. All in. Nichts ventured, nichts gained. Parakings. Very good, but not good enough. Shit. Hab ich jetzt verloren? Uh oh. Yes, you little beauty. Hard lines, Mr. Blythe. Mr. Callahan wins with an ace high diamond flush. God damn you! Sorry, ich kenn mich nicht mehr raus. Well played, sir. Unlucky Desmond. Now, forgive my lack of discretion, but where might I found this watch? It's upstairs. Shall we go and have a look? Why not? Gentlemen. Please, cash these out for me. I started last week. Okay. Sure. Perhaps you could escort us up to the office. Yes, of course, sir. Thank you. Follow me, gentlemen. Come with me, sir. Okay, nothing. You're having quite the night. Yeah, so far. I cannot believe someone gave a greaser a job. We live in strange times. Personally, I wouldn't trust one with a gun, but Fiona, I've got my own little law giver right here. Very good. Good. I'm sorry, young man. You're so smart. Yeah, I know. I know. I know. I think you're going to like this watch, sir. I saw it earlier, and it really is a handsome piece. Foreign made, but you can't have everything. Indeed. Well, here we are. Just give me one second, sir. Of course. Take your time. Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. Take your time. Ech. I guess you were right. Only an idiot would give a greaser a gun. Plündern. Idiot, huh? Ich sag doch, wir sind schlauer als du. So, pass die für ne Waffe. Quick, clear the safe. Let's get out of here. Ach so, ja, sorry, sorry, sorry. Hurry, Arthur. Someone would have heard that gun go off. Can't believe that asshole had enough to go off. Can't believe that asshole had enough to go off. Oh, yeah. So, come. I don't think we've only got a few minutes to get out of here. I don't think we've only got a few minutes to get out of here. If we're lucky. If we're lucky. Was that a gunshot? It sounded like one. Come on. And how exactly are we getting out of here? I ain't too sure. Well, this is what tends to happen when you leave Trelawney in charge of planning. I'll garnish no meat. Probably involve us dressing up as dancing girls and can canning off the side. Nice uniform, by the way. Thanks. I'll give anyone a job these days. Anyway, we shouldn't give ourselves away until we know we need to. Maybe we could still blend into the crowd when it all goes crazy. Which it surely will. To the bar, senor. I hope you had fun, sir. In the time of my life. You boys sure know how to put on a show. It's wonderful. Ah, look. There's your friend. My friend is not but no good to cheat. And I beg you to take back the insinuation. There he is. Now, don't be a sore loser, friend. Something I don't like about the pair of you. There's plenty I don't like about you, but I have the good manners to keep my mouth shut. There he is. Shoot that man. Oh, 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 no. Okay, okay. Let's go. Get out here. I'm going to go! Okay, come, come, come. Come on. Oh shit, 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 ich muss kurz weg, ich muss kurz weg. Warte, warte, ich kann nichts nehmen, scheiße, oh Gott, ich bin fast tot, aber gut, okay, so geht's auch, ich hätte eine Art hinein nehmen können, das ist aber zu spät geschalten, egal, Hauptsache, ich bin weg und dann frei. Was haben wir bekommen? Ein paar Tausend, ich denke, das ist gut. Ja, das ist gut. Und, das watch ist wahrscheinlich wert, es ist ein Swiss, ein Reutlinger oder so? Ich glaube, da wollen wir doch auf Hölkreich, so wie es ausschaut. Wie viel haben wir denn erbeutet? Oh, nice. Richtig fett Kohle gemacht. So, jetzt nehme ich mir aber tatsächlich, das war jetzt ein bisschen blöd, weil mein Herz ist ja voll. Minimal. Ja, nehme ich das hier. Genau. Aber, ich würde sagen, mach das für heute erstmal und dann hören wir uns in den nächsten Folgen wieder. Ah! Na, na na! Ciao! Hahaha! Oh! Mhm! Haha! Tak! Ja.